Mit einem wunderschönen guten Morgen vom Tag 2 der normalen Besuchertale. Ich wollte eigentlich das Rad in den Zug einsteigen. Der ist leider vor meiner Nase weggefahren. Ich habe heute ein bisschen mehr Depack dabei, weil später bin ich ja noch live auf Twitch. Die sind echt bequem, da kann man echt stundenlang auch teilweise 16, das ist echt super toll. Ich gebe auch noch andere Stühle, die haben da hier so eine A-Klinie. So, das war auch schon wieder die Gamescom. Wir haben 2022 Tag 2 von den privaten Besuchern und für uns geht echt nicht auch wieder nach Hause. Morgen geht echt wieder zum nächsten Tag. Aber für heute sag ich, einen schönen Tag, macht gut, bleibt gesund, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss!